Das erinnert mich an einen Horrorfilm, den ich zuletzt geguckt habe und das meine ich nicht negativ, sondern das erinnert mich einfach von der schräge Decken, Treppen, Unterführung und natürlich viel Holz. Wie bei diesen Hundertwasserhäusern, die auch so ein bisschen schräg sind, so ein bisschen all over the place. Also ich würde mich verlaufen. Alter Schwede. Das ist ganz schön schön. Wie kann man sich da auf die Arbeit konzentrieren? Wahnsinn, Alter. Stellt mir hier einen Schreibtisch hin und ein paar Monitore und dann stream ich auch von hier. Uff, es ist sogar hier drin windig. Alter, wollt ihr mich verarschen oder so?